Warum wir uns nicht selber coachen können. Mit Prioritäten ist es wie mit Armen. Jeder, der denkt, er hätte mehr als zwei, der lügt entweder oder er spinnt, sagte einst der berühmte Blogger Merlin Mann. Und wie einst Baron von Münchhausen versuchen sich aber viele ambitionierte Menschen immer wieder, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen. Sie versuchen sich selber zu mehr Effektivität und Leistung zu coachen. Das klappt in der Regel nicht. Denn wir haben schon zwei andere Prioritäten, mindestens zwei. Nämlich unser Tagesgeschäft und unser Privatleben. Ich hoffe, Sie haben noch eins, oder? Das Wort Priorität bezeichnet den Vorrang einer Sache gegenüber allen anderen Sachen. Und laut Duden existiert in dieser Bedeutung auch kein Plural. Es gibt also gar keine Prioritäten, sondern nur eine Priorität. Das Wort existierte bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts folgerichtig nur in der Einzahl. Es kann eben nur eine Sache mit dem absoluten Vorrang geben. Heutzutage sprechen Führungskräfte aber stolz von ihren vielen Prioritäten und verfolgen tatsächlich keine konsequent. Wenn wir aber unser eigenes, eingeschliffenes Verhalten nachhaltig verändern wollen, müssen wir dieser bewussten Veränderung höchste Priorität geben. Und da kommen unsere notwendigen Prioritäten in die Quere. Erstens das Tagesgeschäft. Und zweitens unser Privatleben, unsere Gesundheit und unsere Familie. Dieses Kapazitätsproblem kann man sehr einfach dadurch lösen, dass man einen externen Coach für dieses Veränderungsprojekt anheuert. Denn für mich als Coach ist Ihr Wachstumsprozess mein Tagesgeschäft. Das heißt meine oberste Priorität. Ich beschäftige meistens ein bis drei Coaches gleichzeitig. Zu meiner motiviertesten Zeit hatte ich einen Coach für meine Finanzen. Eine Coachin für mein Zielsystem und für das Arbeiten daran und einen Laufcoach. Diese Coaches müssen die Disziplin, bei der sie mir helfen können, gar nicht besser können als ich. Mein Finanzcoach zum Beispiel hatte, glaube ich, sowohl weniger Einkommen als auch weniger Vermögen als ich. Das macht aber nichts. Er hat mir trotzdem sehr viel weitergeholfen. Coaches müssen mir nur dabei helfen, wirklich das zu tun, was ich mir vorgenommen habe. Weil ich weiß, dass es mich in Richtung meiner Ziele voranbringt. Mein Fitnesscoach zum Beispiel, der sitzt irgendwo in England und ich bin ihm nie persönlich begegnet. Aber er fragt mich jeden Morgen per WhatsApp sinngemäß. Und Thomas, hast du heute Morgen deine 10 Minuten Yoga gemacht? Warst du mehr als 40 Minuten laufen, wie du es dir vorgenommen hast? Hast du zwei Runden Krafttraining gemacht? Er könnte auch einfach in die Statistik meines Fitness-Trackers schauen. Und das tut er auch jede Woche mindestens einmal und wahrscheinlich auch öfter. Und er gibt mir auch Tipps zum weiteren Vorgehen. Aber was wirklich wichtig ist, ist das Gefühl, was ich habe, gesehen zu werden. Dass da draußen jemand ist, den es interessiert und der es bemerkt, wenn ich nicht das tue, was ich angesagt habe. Das Motto jeder Veränderung ist, sag, was du tust oder was du tun wirst und dann tu, was du angesagt hast. Es ist ein einfaches und sicheres Erfolgsrezept. Aber mit dem zweiten Teilsatz, tu, was du gesagt hast, haben wir alle alleine Schwierigkeiten in der Umsetzung. Mehr Geld zu sparen, glücklichere Beziehungen zu führen, schneller den Marathon zu laufen, abzunehmen, das ist alles keine Raketentechnik. Den meisten Menschen ist völlig klar, was sie tun müssen, um diese Ziele zu erreichen. Sie schaffen es aber nicht alleine, systematisch und täglich ihr Verhalten auf diese Ziele auszurichten. Dafür braucht man Coaches. Nicht für das Know-how, sondern für die Rechenschaft, für die externe Disziplin. Immer mehr Organisationen stellen ihren Führungskräften und Mitarbeitern Coaching-Programme zur Verfügung. Warum? Weil die sich auszahlen. Verschiedene Studien haben Vorteile des Coachings für Unternehmen herausgearbeitet. Zum Beispiel 65 Prozent geringere Personalfluktuation. Ich habe diese Studien alle unten verlinkt. 21 Prozent höhere Produktivität laut einer Accenture-Studie. Möchten Sie mehr über unsere flexiblen Coaching-Programme erfahren? Dann buchen Sie eine Verkaufspotenzialanalyse. Unten ist das verlegt.